Mal von dem Kerl gehört, der nach seinem Tod an die Himmelspforte kommt? Petrus lässt ihn ein. Da steht ein Typ im Anzug und hält ein Plädoyer. Wer ist das, fragt er. Und Petrus sagt nur, oh, das ist Gott. Er denkt, er ist Danny Crane. Danny Crane. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Danny Crane, ich wurde herbestellt. Danny Crane. Danny Crane. Danny Crane. Edwin, du kannst keine Krankheit verklagen. Aber er hat sie, Shirley. Der Mann ist Diabetiker. Aber du kannst unmöglich eine Klage gegen Diabetes einreichen. Das ist eine Krankheit. Aber es gibt Stiftungen, okay? Den amerikanischen Diabetesverband. Da gibt's was zu holen. Die werden wir uns vornehmen. Der amerikanische Diabetesverband will die Krankheit heilen. Er verursacht sie nicht. Dann gibt's eine außergerichtliche Einigung. Die wollen alle keinen Prozess riskieren. Edwin, du hast damals ohne Hosen weniger verrückt gewirkt. Dankeschön. Ich weiß nur, dass er nicht glücklich über Sie und Ihren Liebhaber war. Ah, war er deshalb sehr wütend? Ja. War er jemals verzweifelt? Manchmal. Wenn ich mich nicht irre, hat er sogar während der letzten paar Jahre an Depressionen gelitten. Geringfügig. Mr. Shaw, was machen Sie da? Lockerungsübungen, euer Ehren. Haben Sie Joe Nolan umgebracht? Heinst, Sie hatten Zugang zu dem Wein. Mr. Großer Gott, Sie sind es. Ich weiß genau, dass ich es bin. Verstanden? Sie müssen mir nicht sagen, dass ich es bin. Ich weiß sehr wohl, dass ich es bin. Das ist überflüssige Information und das ist gleichbedeutend mit dummen Geplapper. Ich will kein dummes Geplapper in meinem Gericht haben. Wir plädieren auf unschuldig und beantragen eine Prüfung des Klagegrunds. Wieso? Wieso? Erstens, weil wir das Recht dazu haben und zweitens, weil ich glaube... Der hat doch ihn geschossen. Alter. Das Opfer ist ins Krankenhaus gebracht worden. Ich denke, Klagegrund haben wir mehr als genug, Mr. Schaub. Wissen Sie, euer Ehren, seit unserem letzten Treffen habe ich meinen Namen geändert, von Schaub auf Shaw. Das fand ich sinnvoll, weil es so auf meinem Führerschein, meinem Reisepass, sowie den ganzen Plädoyer steht, die Ihnen vorliegen. Aber die lesen Sie wohl nicht, denn das ist ja nur dummes... Geplapper. Sarah, Sie sind eine Liebhaberin guter Weiner. Eigentlich nicht. Ich habe einfach den teuersten gewählt. Ich dachte mir, egal, was Sie hier vorhaben, Sie müssen dafür bezahlen. Wenn ich dafür bezahle, ist es in der Regel geschmacklos und billig. Ich habe festgestellt, dass sich die Mulligan-Mädchen am schnellsten belästigt fühlen. Ich weiß nicht wieso, ich bin kein Psychiater. Ich persönlich liebe die Mulligan. Ich stehe auf Mulligan-Sex. Ich will nur sagen, wenn das hier ein einsames Moppelchen ist, das um Hilfe ruft. Ich bin für Sie da, Laurie. Und? Wieder Freunde? Danny Crane. Tricks ist für Kids. Freut mich, Sie zu sehen. Hat er gesagt, Tricks ist für Kids? Das hat er. Ich habe eine Erektion. Ein gutes Zeichen. Der Prozess kann beginnen. Ich bin bereit. Also, wenn es mein Kind gewesen wäre, das entführt wurde, dann wäre ich Ihnen unglaublich dankbar. Das sehen wir bestimmt alle so. Einspruch! Mr. Crane, wenden Sie sich nicht an die Geschworenen. Oh, Verzeihung. Brad, erste Frage. Ich habe es getan, weil meine Kollegin Denise Bauer zu mir kam. Sie war verzweifelt, weil das Kind ihrer Haushälterin entführt worden war und die Polizei und das FBI nicht weiterkam. Zweite Frage. Ich ging zu einem befreundeten FBI-Agenten, Kevin Drummond, und bat ihn um Hilfe. Dritte Frage. Er sagte mir, während das FBI staatlicher Kontrolle untersteht, hat es schon öfter Privatleute gegeben, die solche Dinge erfolgreich auf eigene Forst gelöst haben. Vierte Frage. Einspruch, er stellt keine Fragen. Ich habe Ihnen die Fragen gestern Abend schon alle gesagt. Ich will die Sache für die Geschworenen beschleunigen. Die sind sowieso schon verärgert, dass Sie hier sein müssen wegen dieser lächerlichen Strafverfahren. Einspruch! Mr. Crane. Nennen Sie mich Danny Richter. Danny Crane. Sie werden die Fragen vollständig stellen, damit wir auch verstehen können, worauf der Zeuge antwortet. Meine Frechheit. Sie haben einen unschuldigen Mann entführt. Der Bruder war nicht so unschuldig. Er hat dem verdächtigen Unterschlupf gewährt und er hatte sehr wichtige Informationen. Also haben Sie Gewalt angewendet? Gewalt angedroht. Nur angedroht? Sonst nichts. Sonst nichts? Nein. Ist ja ein Ding. Er verharmlost eine Entführung. Freiheitsberaumung. Sie sind hier Zeuge. Einspruch. 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 Schluss damit! Wir wollen nichts verharmlosen, euer Ehren. Wir wollen die Dinge nur aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Der Zeuge ist dazu nicht befragt worden. Statt gegeben. Beklären Sie uns Ihren Blickwinkel. Einspruch. Das war eine Frage. Statt gegeben. Der Bruder hat Ihnen von dem Priester erzählt. Ja. Dann gingen Sie zur Kirche und haben ihm die Finger abgehakt. Ich stand mit der Axt vor seiner importierten Tür, die viel Geld gekostet hat. Wie viel? 9000. Dollar? Dollar. Für eine Tür? Er konnte es sich irgendwie leisten. Einspruch. Mecker, mecker. Mr. Griffith. Sagen Sie denn? Nein, ich werde Sie nicht, Danny. Sie standen vor der Tür. Sie sagten, diesem Mann gehört das Blut dieses Mannes? Nicht direkt, euer Ehren. Was ist der? Ein Vampir? Oh, das wird ein Abenteuer. Das habe ich gehört. Mein Mandant hat ein Patent auf Mr. Griffiths Blut, welches... Lächerlich ist. Das Gesetz sagt, wenn jemand von Ihrem Körper Blut oder Gewebe entfernt hat, haben Sie nicht länger einen rechtlichen Anspruch darauf. Mein Mandant hat es getestet, hat ein Patent... Jetzt warten Sie mal einen Augenblick. Sie können doch nicht einfach sein Blut nehmen ohne sein Einverständnis. Das kann nur die Regierung... Wenn dieses Blut für die Aids-Forschung verwendet wird, will mein Mandant eine Beteiligung am Profit. Und die Kosten werden so dramatisch ansteigen, dass kein Geld mehr für die Entwicklung anderer Medikamente vorhanden ist. Ja, und wir können alle zur Oscar-Verleihung gehen und große Plaketten tragen, auf denen steht, rettet die Pharmakonzerne. Halt, warten Sie mal einen Moment. Hat dieser Mann etwa einen Oscar gekriegt? Richter, dieser Fall ist äußerst kompliziert. Dieser Arzt hat Blut und Gewebe meines Mandanten entnommen. Damit hat er ein Patent auf dessen DNS erworben, was meinen Mandanten daran hindert, sein eigenes Blut zu vermarkten. Das will ich von diesem Vampirdoktor hören. Atmet ihm in den Zeugenstand. Was guckst du? Ich sehe mir deinen Wasserstrahl an. Ich habe ein Schwachstrahl-Syndrom. Du hast eine gute Fließgeschwindigkeit. Sieh dir meine an. Ist gar nicht so übel. Oh, bitte. Ich habe schon Kaffee schneller durch einen Filter laufen sehen. Danny, du bist 75, dafür läuft's gut. Siehst du, das war gut. Du sagst das nicht nur so? Sieht etwas gerötet aus. Ja, er schämt sich. Er weiß, es war verboten. Was? Was? Erlaube mir. Danny Craig. Sie lässt noch immer meinen Korken poppen. Willst du, Dennis, diesen... Ich heiße Denise. Wann haben Sie das letzte Mal einem Dennis gebären sehen? Hören Sie auf, mich zu drängen, Sie drängen. Der Kopf ist zu sehen. Schnell. Willst du, Denise, diesen Brett zu deinem Mann nehmen? Ja. Schlau. Wir schaffen es kommen. Wir schaffen es nicht. Willst du, Brett, Denise zu deiner Frau nehmen? Ich will. Ich will. Kraft des Angst. Sagen Sie es einfach. Ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau. Sie dürfen die Frau küssen. Wir sind verheiratet. Jetzt kommt der Kopf. Oh mein Gott. Was zum Teufel passiert da, Uli? Gleich ist es da. Gleich ist es da. Oh, da ist es. Oh, es ist ein wunderschönes Baby. Eine Tochter. Es ist ja pitch nass und ganz schmierig. Wir haben ein Mädchen. Wir haben ein Mädchen. Das ist ja gar nicht süß. Ist sie gesund? Oh, sie ist perfekt. Ich dachte, sie kommt mir mal süß raus. Oh Gott. Es ist ein Mädchen. Wollen Sie die Schnur durchschneiden? Okay. Mädchen werden doch nicht beschnitten, oder? Wieso kündigten Sie ihm? Dieser, dieser Kerl entpuppte sich als Scientologe, Alan. Als voll Überzeugter. Cherry, bei uns herrscht Religionsfreiheit so. Steht jedenfalls in der Verfassung. Oh, ich weiß, aber warum muss ich mit so einem Fanatiker zusammenarbeiten? Dieses ganze Scientologenzeug widert mich an. Ich kitt, ich kitt, ich kitt. Und nachdem Sie durch all diese Stufen durch sind, werden Sie zu einem operierenden Titan, Titin, Tatin? Ganz recht. Und OTs, wie Sie genannt werden, sollen angeblich fähig sein, mit Tieren zu kommunizieren, unbelebte Objekte zu bewegen und wann immer Sie wollen, Ihren Körper zu verlassen. Wollen Sie das auch erreichen? Eines Tages. Sind Tatins unsterblich? Angeblich, ja. Und ist es wahr, dass die meisten Scientologen glauben, Bruder Hubbard wird zurückkehren? Die Christen glauben, dass Jesus zurückkommen wird. Sind Sie alle irre? Die meisten. Scientologen sollen ebenfalls daran glauben, dass vor etwa 75 Millionen Jahren ein böser galaktischer Warlord, und jetzt kommt die Stelle, an der ich fast den Ahornsirup schmecken kann, ein böser Warlord namens Xenu warf 13 Trillionen Aliens von verschiedenen Planeten in die Erdvulkane und verdampfte sie mit Wasserstoffbomben. Ich nehme an, Sie wissen das. Ja. Und die radioaktiven Seelen von diesen armen, verdampften, außerirdischen Kreaturen dringen nun ständig in uns ein und implantieren Engramme und falsche Ideen über Jesus und Gott und die Psychiatrie. Und deshalb müssen wir uns wieder und wieder reinigen von all diesen Engrammen. Ja. Und wann immer jemand so ein Engramm loslässt, ist das oft begleitet von Gähnen, Tränen, Schweiß, Gerüchen, Urinieren, Durchfall, Erbrechen und anderen Exkreter. Wussten Sie das? Ja. Praktisch heißt das, jedes Mal, wenn Sie pissen, furzen oder kotzen, machen Sie einen Schritt in Richtung Unsterblichkeit. Einspruch. Und wieder ist ein Schritt gemacht. Einspruch. Oh, bitte. Diese Freiheit ist doch albern. Das Benehmen eines Angestellten fällt immer auf den Arbeitgeber zurück. Hier geht es um eine Anwaltsfirma, eine Praxis, wo Mandanten für viel Geld qualifizierte Rechtshilfe suchen. Und da behauptet jemand, wir stammen von einer Muschel ab, weil galaktische Kriegsherren in unsere Vulkane flogen. Der hat doch nicht mehr alle. Und was Jerry Aspenson angeht, der redlich versucht, seine Anwaltspraxis aufzubauen. Erzählen Sie mir nicht, dass der Mann kein Opfer ist, wenn einer seiner Mitarbeiter gegenüber Mandanten, Kollegen und anderen Anwälten stolz verlauten lässt, dass er aufgrund seiner letzten Psychometermessung der Unsterblichkeit näher kommt, die ihn befähigt, seinen Körper zu verlassen und mit Zebras zu sprechen. Es gibt einen Punkt, da müssen wir einfach sagen, Schluss mit dem Religionsfreiheitsquatsch. Basta. Igitt. Igitt. Gott, ich hoffe, sie belegt mich nicht mit einem Fluch. Können Zwerge das? Wie war sie sonst so, ganz allgemein? Ein attraktives Gesicht, ganz nette Brüste. Na, und das war's dann auch schon. Brüste und ein Gesicht. Wie seid ihr verblieben? Ich ging einfach. Ich wusste nicht, was ich tun soll, also bin ich gegangen. Hältst du es für möglich, dass sie dir bis hierher gefolgt ist? Hierher? Nein, wieso? Nun, ähm... Sie haben den legendären Ruf unvoreingenommen und ausgesprochen fair zu sein, euer Ehren. Bitte beflecken Sie ihn nicht. Wir waren beim Stehschaufel. Die Schaufel hat ganz zufällig seinen Kopf getroffen. Das kommt vor. Er starb. Typisches Winterrisiko. Oh mein Gott. Sie wissen ja, wie das ist in der Winterzeit. Der Winter ist der grausamste Monat, äh, oder eine Reihe von Monaten. Und wie viele Menschen... Anklageverlesung ist heute Morgen. Ich wollte immer diese Frau haben, Alan. Der Gedanke, dass sie mir vom Schicksal geliefert wird durch den Tod ihres Mannes... Hältst du das für vernünftig, so viel mit der Presse zu reden? Ja, der Mann ist auf dem Eis ausgerutscht, fiel hin, schlug sich den Kopf an und starb. Es ist Wintermann. Er wollte wie immer die Morgenzeitung holen, da fiel ein Eiszapfen runter und zack, kommt vor. Er war eindeutig depressiv. Aber wer konnte ahnen, dass er sich selbst mit der Schaufel erschweckt? Danny, das ist doch Wahnsinn. Das ist es genau. Das ist unsere Verteidigung. Vorübergehend unzurechnungsfähig. Es geht nicht um deine Unzurechnungsfähigkeit. Das ist unsere Verteidigung.